Lass dich liegen, lass den Krankenwagen seinen Job machen Während ich um ein paar dich auslachen, darf den Knockout tunst du wiederumfachen Lass dich liegen, lass dich liegen, laufe durch die Gasse, Schmuck und Cartier Lass dem R.S.O.B. von Marbea nach Marbea Und ich flieg, so schnell wie mit Herzlich willkommen im Bourdieu, zwischen Haufen Dreck Tonnen voll Schnee und Loaded Webs Niemand hat dir aufs Gesetz Tschüss, vielleicht werde ich auch hier Meine Stadt ist Atlantis verloren, meine Welt in einem Meer voller Trieb Oh mein Gott, willst du das aufräumen? Ich? Ihr müsst das aufräumen! Ich? Ihr müsst das aufräumen! Oh-ho! Ich verstehe dich ganz schlecht. Wiederhol das mal bitte, ganz schön. Ey, er macht so, fliegt raus. Niemals, Herr Pablo. Ich höre dich. Rede noch mal. Ich sage dir, die Kameras sind nicht da. Rede noch mal. Bruder, ich bin hier neben den Toiletten. Ich bin Toilette. Warum ist die Toilette? Hörst du mich nicht? Hörst du diesen Schall? Bist du behindert? Das was? Siehst du, ich bin mit Vito. Siehst du, keiner hört. Das ist Vicky. Ich bin hier mit Leuten mit Kameradest, dass ich rede mit denen. Als ob ich vor der Kamera stehe und mit dir so rede. Ja, Allah, du hast recht. Nein, du hast recht. Ich hab dich gefunden. Ich muss den Augen. Ich muss den Augen. Willst du Colin? Entspann, Allah, Colin. Ich will das mal. Moin, Colin. Wo, Colin? Moin, Moin. Wo, Colin? Ich bin bald, aber ich genieße dich, aber. Wo, Colin? Ich habe dich aber einfach mal. Oh. Ich habe dich. Okay, ich habe dich. Ich habe dich. Mein Vater und ich meine. Ganz einfach, okay? Okay, gut. Genau. Die Zellen wurden übernommen. Seid ihr wahnsinnig oder was? Auf was habt ihr euch schon wieder eingelassen? Guck in die Kamera. Sag Badaway. Badaway, ja. Richtig. Was passiert hier? Das sind die Ausländer. Ist ganz klar. Die Deutschen wurden da nicht mehr. Ah. Wer? Was? Was ist? Wer? Wer? Ist wohl Sache untergeschmissen? Boah, krass. Also... Such dir einen aus, Freddy. Alles gut, ich bin im Film, Freddy. Alles gut, alles gut. Hier ist alles abgesichert. Sag du, Mathilde, das bist du. Lach, Kiki. Er lag immer voll hier. Ey, Lach, Kiki. War er das die ganze Zeit? Boah. Ich glaube, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich hab ihn proben. Aber auch Spritzkasten. Da gibt's keinen Adler. Hier gibt's keinen Adler. Was hast du mir gekauft? Das ist unbefugbar für den Knast. Spassiert. Ehe, einmal hab ich Nudeln, weil hier so schlimmes Essen gibt. Ich hab das Biskuit. Nochmal, weil es so schlecht zu essen gibt. Noch ein Jum-Yum, weil es so schlecht zu essen gibt. Jam-Yam oder nicht? Jungs, wie heißen diese Nudeln? Jam-Yam oder Jum-Yum? Jum-Yam. 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 Du weißt, was voll dumm ist, Junge, komm mal mit, Rudolf. Guck mal, im Hotel. Da sind gerade 20 Gäste eingecheckt, Junge. Und die mussten einfach an den ganzen Nazis hier vorbei. Weißt du, warum ich meine? Die denken sonst was, Bruder. Die denken, wo bin ich hier gelandet, Alter. Die werden nie wieder in diesem Hotel bleiben. Wir haben neue Nomme. Wir haben eigentlich auf neue Nomme. Jem-Jem. Das heißt Mui-Mui. Ich habe einen Chinesen gefragt, der hat mir gesagt, Chinesisch musst du immer rückwärts lesen. Das ist Chinesisch. Das war kein Chinesisch, Bruder. Das ist... Bruder, ich dachte, es ist mir meine Hand, die ist abgefallen. Let's go. Ich will hier noch eine Sache. Der einzige Frage, wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wer der ist? Wisst ihr, wer wir sind? Die Größe. Mach mal Platz da. Es spielt keine Rolle. Wir zeigen euch jetzt erstmal hier Alcatraz Hotel. Ruf mal Vito. Ich schwöre bei Gott, das ist echt gezählt. Das sieht aus wie in Amerika. Nein, ich schwöre bei meiner Mutter, das ist ein echter Zähl. Das ist ein echter Knastbus. Ich schwöre bei Allah. Mein ich ja, ich bin echt ein Knastbus, Bruder. Man kann sich gar nicht bewegen da drin, wa? Scheiße. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh mein Gott, ich werde richtig meinen Knast drin haben. Ich weiß das, ich kenn mich. Boah, ich werde verrückt. Ich bin die Sache, ich bin einfach... Boah, ich sehe das schon. Feueramt, ne? Feueramt, ne? Das sind so die Türen im Bus. Und dann, guck mal. Habt ihr so einen Sitz? Guck mal, habt ihr das schon gesehen? Cool. Bruder, ist das wirklich sauber da drin? Ist das wirklich wie... Erzähl mal, Shabab, was ist passiert? Wollah nicht, ich wollte cool sein. Der ruft zu einem, der fährt zu... Ich springe auf Auto und so. Das ist schon Wahnsinn. Ich bin dreimal gestorben. Was will der? Der denkt, der findet nicht mein Paket. Der findet nicht mein Paket. Der findet nicht mein Paket. Wo ist das Handy? Es gibt kein Handy. Shabab. Es gibt kein Handy. Danke, Jungs. Es gibt nur 4 Jahre. Also, mein Bruder. Der findet nicht meine Wenigkeit. Wir haben einen kleinen Plan gemacht. Und zwar haben wir uns den Plan hier mal genau angeguckt. Wir befinden uns gerade in... Zimmernummer? 110. Ohne zu gucken, das ist ein Talent, während wir erst 15 Minuten anwesend sind. Wenn man jetzt den ganzen Plan analysiert, hat man insgesamt... Richtig. Zwei Notausgänge. Man hat einmal einen Notausgang, der hier runter geht, im Süden. Und dann hat man einen Notausgang, der im Osten ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier raus zu gehen. Jedoch ist unser Zimmer viel zu nah in diesem Bereich. Das heißt, wenn wir da raus gehen, kann es sein, dass wir gepackt werden. Und der schlimmste Punkt in diesem Gefängnis... Wenn wir auf dem Balkon sind, haben wir keine Möglichkeit mehr zurück zu kommen. Weil die Türen hier kannst du nur von innen aufmachen, nicht von außen. Wie beispielsweise eine Haustür. Daraufhin kam der hin und findet auf eine Idee. Wenn wer da raus kommt, ist es mies. Weil es natürlich logisch ist, dass wir da lang gehen. Wenn wir in die andere Richtung laufen... Hier ist der zentrale Flur mit dem Aufzug. Und hier ist der Ausgang. Wir können natürlich so agieren und so. Aber wir werden schon eine Lösung finden. Wahrscheinlich werdet ihr uns nur bis übermorgen sehen und sind wir weg. Leute, ihr werdet aufstehen wie der Kamera sieht. Geh mal Wasser. Geh mal Wasser. Uns geht es wirklich heute sehr gut. Wollah, ist entspannt? Wollah, voll getrillt. So war ich. Genau so. Wollah. Hast du dich mal im Bett bezogen? Nein. Warum? Gib mir ein Zell. Das reicht nicht. Aber Bruder. Wie hart ist das, Bruder? Guck dir mal. 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 Ich bin auf Bord, Bruder. Ich gehe jetzt um Zelle zur Zelle. Ich nehme euch als Geisel. Guck dir mal. 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 Du hast reingeschissen. Du hast reingeschissen. Du hast reingeschissen. Du hast reingeschissen. Komm, lass weiter, lass weiter. Nein, ich will den. Komm noch einmal. Ich will den. 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 Ich will seinen Kopf haben. Ich bin beim Schlafen heute. Du hast den da gebackt. Aber der wollte den wecken. Ist das gut? Vielleicht ist mir was passiert. Endlich, Alter. Junge, wie schwer bist du wach geworden? Das malar. 浪 Neueu.